Liebe Genossinnen und Genossen, hier ist euer Steinwallen. Zurück in der Volksrepublik Wallonien, wo die ersten Vorarbeiten, Planungen für die neue Flugzeugstadt im vollen Betrieb sind. Wir sind bis zur Aluminiumoxidfabrik gekommen. Das ist schon mal die halbe Miete, würde ich sagen. Wir machen hier auch weiter, aber natürlich gibt es noch erstmal ein paar andere Kleinigkeiten zu klären. Als erstes gucken wir uns kurz mal an, wie das mit den Stoffen gerade läuft. Wir haben ja hier das neue VZ-Stoffe am Start. Und hier stehen alle LKWs, das heißt, die fahren im Moment nicht, weil hier keine Stoffe mehr im Lager sind. Ja, das heißt, alles wird hier verbraucht durch die Kleidungsproduktion. Das ist ein ganz interessanter Punkt. Wie gesagt, Kleidung wird vermutlich dann sofort hier weggeholt und ich schätze mal auch exportiert. Ja, das können wir uns eigentlich auch mal im Detail anschauen, ob wir eigentlich wirklich einen Überschuss an Kleidung haben. Weil dann könnten wir nämlich die Kleidungsproduktion ein bisschen reduzieren. Wobei, andererseits, wartet mal kurz, wir gucken mal, wie das überhaupt jetzt aussieht. Was haben die denn geliefert? Also, die haben hierhin geliefert 33,6 Tonnen Stoff. Damit werden wir sehr lange hinkommen, würde ich mal behaupten. Wenn das genauso ist wie bei der Schiffsproduktion. Hier auch 33,6 Tonnen. Und in der Werft befinden sich... Das ist ja noch voll. Oh Gott, da wird ja so wenig verbraucht. Okay, ich würde sagen, das funktioniert so. Also irgendwann werden wir wieder Kleidungsüberschuss haben. Ich meine, wir können eine Kleinigkeit tun. Wir gucken mal ganz kurz hier, wie sieht es eigentlich aus mit der Arbeitslosigkeit. Okay, nicht vorhanden. Ja, gut, da können wir dann auch nicht mehr so viel machen. Außer, wir sagen schon so ein bisschen... Da sind auch nur 33, 34. Na, passt auf. Wir können mal sagen, wir gehen mal auf Maximum 60 hier jeweils. Und dafür erhöhen wir die Arbeiter hier ein bisschen. Vielleicht gibt es mal so Momente. Gehen wir vielleicht sogar auf 100. Wo dann einfach mehr hier reinlaufen. Und wir einen leichten Stoffüberschuss dann auch ins Lager bekommen. So, das ist das Erste. Das Nächste ist, ich habe mich, glaube ich, informieren lassen, wann das Warenhaus fertig ist. Habe aber diese Information dann ignoriert. Auch clever. Auf jeden Fall ist es jetzt fertig. Und das bedeutet, wir können dieses ganze Alkohol-Thema jetzt in Gang bringen. Und ja, das braucht jetzt einen Augenblick. Wie haben wir das immer genannt? Lager-National haben wir es genannt. Okay, also nennen wir das entsprechend auch so. Lager-National-Alkohol oder Lager-Alkohol-National, wie auch immer. Wir wollen die Menge begrenzen und hier halt nur Alkohol einlagern. 100 Prozent. So, das ist das Erste. Jetzt muss der Alkohol dahin. Wer macht das? Das kann ich euch sagen. Das macht dieses VZ. Ja, jetzt werden natürlich so ein bisschen die Lieferketten kurzzeitig mal unterbrochen. Aber es geht nicht anders. Das ist nicht mehr das VZ-National-Alkohol, sondern das... Wie nennen wir das denn? Es ist... So eine Art haben wir noch gar nicht. VZ-Zulieferung. Hm. Ja. Nennen wir es mal so. Alkohol. Und das läuft jetzt anders. Also, ihr holt das auf jeden Fall von dort. Das bleibt. Aber... Ach, wisst ihr was? Es wäre ganz cool, wenn wir das so als kleines Hilfsmittel haben. Ja. Passt mal auf. Wir nehmen das jetzt als Hilfsmittel. Wir machen das erst später, dass wir das verändern. Wir richten erst mal das ein. So, tut mir leid, Leute. Das ist jetzt mal wieder eine Lieblingsbeschäftigung, diese VZ zu organisieren. Okay, das ist VZ-National-Alkohol. Passt auf. Da machen wir jetzt Folgendes. Wir wollen in den... Okay, wir haben noch kein Zielgebäude definiert. Wir gehen jetzt die Zielgebäude nach und nach durch. Das ist das Erste. Genau. Hier entladen. Und da gehen wir jetzt mal ständig auf 90 Prozent Alkohol. So. Perfekt. Nummer 1. Dann haben wir Verladestation Stralsund. Entladen. Alkohol. Perfekt. Das kann ich ja jetzt hier eigentlich erst mal schon mal wegmachen. Dann wissen wir, was wir schon haben. Dann haben wir Wolgast. Ja. Warum springt der jetzt da direkt hin? Entladen. Alkohol. Wolgast. Okay, kann weg. Dann haben wir... Ach, weil ich da aufs falsche Symbol geklickt habe. Ja, das geht natürlich dann einfacher. Dann haben wir ein neues Werder. Ist das sinnvoll, das auch von der Zentrale aus zu beliefern? Ja, wenn, dann muss man die Systematik durchhalten, würde ich sagen. Machen wir das mal so. Das ist halt ein bisschen hin und her. Aber das ist okay. 90 Prozent. So, neues Werder haben wir. Dann natürlich da, von wo es kommt. Da war es ein bisschen fraglich, ob wir das hinkriegen ohne eine Straßenladestation. Das müssen wir beobachten. So, hier logischerweise beladen jetzt. Über 0 Prozent Alkohol. Genau so. Das kann weg. Dann haben wir Ölsnitz. Entladen. Alkohol. Dann haben wir Erzfurt. Ja, mit dem System geht es ganz gut. Entladen. Alkohol. Weg. Und dann haben wir Polymerseburg. Entladen. Alkohol. Und wir haben Städtfeld. So heißt es zumindest. Das ist dieses Ding. In Wartenburg. Entladen. Alkohol. So. Ja. Damit haben wir das schon mal in Arbeit. Das ist gut. Jetzt muss natürlich nur noch das Lager befüllt werden. Und das machen wir jetzt über dieses hier. Und das kann auch weg. Jetzt muss alles neu gemacht werden. Und jetzt machen wir folgendes. Halt. Das Beladen war falsch, Leute. Hm. Das war eigentlich gerade kurz ein Denkfehler. Das müssen wir gleich nochmal korrigieren. Er soll ja von hier beladen. Wenn das über 0% ist. Und hier. Im Lager. Entladen. Alkohol. So. Das ist jetzt das Wichtigste. Und jetzt muss ich hier noch was korrigieren. Bei dem VZ haben wir es hier. Das Belade-Ding ist natürlich jetzt falsch. Du sollst natürlich jetzt von hier aus losfahren. Das ist ja der Sinn der Sache gewesen. Beladen. Alkohol über 0%. So müsste es sein. Okay. So. Und jetzt kommt noch das Dritte, was dazu gehört. Nämlich das Thema Export. Ja. Auch daran haben wir ja gedacht. VZ-Export. Falls wir Überschüsse haben. Arbeitslosigkeit-Thema kenne ich. Brauchen wir eine geschlossene LKW. Nehmen wir zwei Typen. Bisschen zur Abwechslung. Und Treibstoff ist hier schon. Genau. So. Jetzt geht es hier einfach nur darum, wenn dieses Lager, ich sage mal, mehr als 80% Alkohol hat, dann ist der Moment, wo ihr das beladet und zu einer Grenze fahrt. Welches ist von dort aus die nächste Grenze? Streisund. Das. Oder das. Ja, machen wir mal hier, ne? Entladen. Okay. Fertig. So läuft das. Gut. Prima. Dann gucken wir mal. Sind die hier irgendwie unterwegs? Fahren die? Warte mal, wo haben wir das? Ja. Da fahren einige los. Also sollte das klappen, würde ich sagen. Sehr schön. Okay, ich glaube, das war aber noch nicht alles, was noch im Bau war. Ne, wir haben ja hier noch eine kleine Bauunion gehabt. Die ist auch nochmal ganz wichtig, dass wir die in Gang bekommen. Auch hier kaufen wir erstmal die Fahrzeuge. Ich würde sagen, auch hier nehmen wir mal zwei oder vielleicht sogar drei große. Und dann die kleinen B1000. Warum haben wir die hier nicht? Gar nicht als Favoriten, also was. Bisschen andere Farbe. Bisschen beige noch. Okay. So, wichtig ist natürlich jetzt die Arbeiterplattform. Und da hatte ich gesagt, nehme ich diese Bushalter, weil hier immer sehr viele Arbeiter stehen. Und dann müssen wir da auch noch Treibstoff hinbringen. Und dafür haben wir dieses VZ-Flüssigkeiten. Zack. Gut. Prima. Okay. Dann, glaube ich, läuft alles. Ein letzter Blick auf Wartenburg. Ob da jetzt schon irgendwas abgeschlossen ist, was wichtig für uns ist. Ja, ja, das ist gut. Heizding ist fertig. Gesamt... Ja, ja, nee. Ich glaube, das müsste hinpauen, wenn das auch noch fertig wird, sollte das passen. Und das würde aber bedeuten, dass wir jetzt schon Dinge in Betrieb nehmen können. Ja, hervorragend. Hier können wir jetzt Mitarbeiter hinschicken, weil das Ganze jetzt beheizt wird. Ebenso hier. Und ebenso da. Sehr gut. Die Kneipe auch. Und hier wohnt noch niemand. Und da könnten die meines Erachtens auch schon einziehen. Alles jetzt im grünen Bereich. Oh, ein neues Schiff ist verfügbar. Okay. Erlauben wir mal den Einzug. Mal gucken, wie schnell das jetzt so alles voll wird. Gut, hier ist schon ordentlich Betrieb. Aber wir kommen hier nicht gut hinterher mit dem Schneeschieben. Das hängt aber damit zusammen, dass, glaube ich, hier... Wir haben hier noch irgendwie städtische Dienstleistungen. Ja, genau. Die sind noch nicht durch. Wenn das doppelt passiert, dann geht das, glaube ich, dann auch funktioniert das. Geht es deutlich schneller. Ja, sehr gut. Das klappt. Wie sieht es hier aus mit den Arbeitern? Warten natürlich unendlich viele, weil es ansonsten keine Arbeit gibt. Aber so ist das eben. Damit bin ich auch zufrieden. Dann gehen wir jetzt zurück hier zu diesem Projekt. Und bevor wir da unten weitermachen, habe ich mir Folgendes überlegt. Wenn wir jetzt hier schon Kohle mit dem Zug antransportieren in dieses Lager, dann könnte man das doch auch nutzen, um gleich noch ein kleines Lager zu befüllen für ein Heizkraftwerk. Heizkraftwerk, meines Erachtens, über dieselbe Anlieferung. Das scheint mir eine elegante Lösung zu sein. Deswegen werde ich jetzt von hier noch einen kleinen Rohstoffspeicher planen, der hier nach hinten weggeht, würde ich sagen. Ja. Und von wo aus, vielleicht machen wir ihn auch hier oben hin, von wo aus wir dann, mal kurz mal überlegen, oder spiegele ich das? Na, die Straße müssen wir eh da rüber bekommen. Ne. Machen wir so. Also. Platzieren wir den da oben drauf. Von wo aus dann das Heizkraftwerk beliefert wird. So. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Heizwerk, genau. Wir brauchen natürlich ein großes. Genau. Und die Gleise führen dann da unten rum. Nö, das müsste passen. Das ist natürlich jetzt nicht so großartig in Stadtnähe. Ist aber, glaube ich, der Gesundheit der Bürger recht zuträglich, wenn man das so plant. Dann müssen wir das halt mit unterirdischen Leitungen machen. Haben wir ja in den letzten Städten auch sehr erfolgreich eigentlich so praktiziert. So, dann planen wir das. Und das ist insofern ganz praktisch, wie ich finde, weil wir hier sowieso Arbeiter brauchen für die Bauxitverarbeitungsanlage. Da müssen wir in der Tat dann auch, glaube ich, noch eine Busstation mit einplanen. Da will ich gleich mal vielleicht die Wegeführung planen. Wir haben ja hier Gleis. Okay. Wo kommen hier Fußwege hin? Ah, nur von der Seite. Werden wir wahrscheinlich über die Straßenzugänge gehen. Ist ja auch kein Problem. Ist ja auch kein Problem. Beziehungsweise vielleicht kann man da noch ein bisschen was zirkeln. So, jetzt bin ich aber am überlegen. Ja, dann braucht man die wahrscheinlich dahin. Gucken wir mal. Bushaltestelle. Das sind aber nur die normalen Bushaltestellen. Die könnte man natürlich auch nehmen zu diesem Zwecke. Busplattformen. Da nehme ich aber die kleine lieber. So, das könnte man schon so da hinten reinsetzen. Wobei man aufpassen muss, man muss die Straße da noch irgendwie lang zirkeln. Könnte passen. Spricht irgendwas dagegen? Ich glaube nicht. Wir probieren das mal aus. Ich platziere das mal so. Und dann machen wir mal die, planen wir mal die Straßenführung hier. Also meine Idee ist, dass ich jetzt hier zum Beispiel gerade durchgehe. So. Ja, da hinten wird es jetzt ein bisschen schwierig mit der Straße. Ah, da macht er da wieder. Ah, das ist wieder dieses Thema. Ah, okay. Daran habe ich natürlich jetzt nur gar nicht gedacht, dass das noch ein Problem werden wird. Aber hier, das sollte zum Beispiel, ja, gehen. Das sollte gehen, ne? Das sollte gehen. Mhm. Und das sollte auch gehen. Okay. Ja, ich denke, das machen wir so. Da brauche ich jetzt auch gar nicht groß weiterplanen. Das wird schon irgendwie funktionieren. Die Details muss man dann später nochmal klären. Das Ganze ist nur, das wird halt nicht funktionieren. Da muss man sich was anderes ausdenken. Warte mal, vielleicht machen wir das auch noch schöner. Fällt mir gerade auf. Das müsste eigentlich noch schöner gehen. Wenn wir das einfach so miteinander verbinden. So. Und dann hier irgendwie rangehen. Ja, das ist viel schöner. So, perfekt. Alles klar. So, und leider, 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 leider müssen wir das wohl nochmal abreißen. Gut, dass ich das aber gesehen habe. Rechtzeitig. Und dann müssen wir wohl hier einfach noch einen Turm platzieren, damit die Straße da irgendwie hinpasst. Aber auch da muss natürlich wieder eine Straße eingeplant werden. Oh Gott. Tja, da ist natürlich die Frage, ob die so funktionieren wird. Aber ich bin mal optimistisch. So, da nehmen wir jetzt eine Kiesstraße. Die funktioniert. Und die funktioniert auch. Okay, alles klar. Planen wir das hier runter. Ich kann mir vorstellen, dass wir da so reingehen. Oder hier noch ein bisschen geradeaus gehen. Und dann so. Der macht da hinten noch so einen kleinen Knick zurück. Das gefällt mir nicht. Nehme ich das nochmal wieder weg. So ist das gut. So und so. Okay, gut. Alles klar. Also das müsste hinhauen. Hier werden die Arbeiter hingebracht. Die gehen dort direkt zur Arbeit. Und da kann man dann gleich schon mal noch einen Fußweg, glaube ich, planen. Der hier in diese Fabrik führt. Das ist halt die Frage. Kriegt man das irgendwie noch umgezirkelt? Da geht es durch. Schaut mal. Ja, das wäre doch gelacht, wenn wir das nicht irgendwie hinkriegen. Ja, das geht. Und das geht auch. Ja, wunderbar. Das ist ein kurzer Fußweg da zur Arbeit. Hervorragend. Und wenn die Eda rausgeht, können wir das auch so machen. Und okay, da können wir nicht rangehen. Na gut, dann geht eben das bisschen Straße. Das ist auch gut. So, das heißt, also die Verbindung haben wir dann mitgemacht. Dann ist die Idee, dass dann die Bahnlinie hier so am Hang entlang führt. Und dann kann man hier irgendwie zum Beispiel den Bahnhof dann wegführen noch über die Gleise. Die sind im Augenblick auch bald fertig. Also das läuft hier richtig schnell, muss ich einfach mal sagen. Natürlich könnte man jetzt, also um ehrlich zu sein, sagen wir es mal so, hätte ich jetzt im Vorfeld gewusst. Ich sehe gerade, eigentlich ist es absurd. Ich wusste natürlich nicht, wie ich das hier alles planen werde. Deswegen habe ich diesen Tunnel hier gebaut. Aber jetzt, wo ich das sehe, schaut euch das mal an von den Höhenlinien. Es ist eigentlich komplett absurd, hier mit dem Tunnel da durchzugehen. Dann wäre es einfach ganz normal, hier der Straße zu folgen. Dann hätten wir hier langfahren und dann würden wir da hinten reinkommen. Das wäre einfach der viel, viel, viel bessere Weg. Tja, tja Leute. Ich würde mal folgendes sagen, wir werden, wir werden das vielleicht mal zu Ende bauen lassen. Das aber so als Industriedenkt mal dann erstmal stehen lassen. Vielleicht fällt uns da noch was ein. Aber ich glaube, die Hauptlinie, die plane ich jetzt tatsächlich hier entlang der, dieser Straße. Das ist mit Sicherheit der bessere Weg. So. Genau, dann machen wir hier noch, gehen wir hier noch ein bisschen lang und machen hier dann die Biege. Irgendwo muss die Straße dann die Gleise kreuzen, das ist klar. Das entscheiden wir aber später. Später. Und dann werden wir uns hier relativ stark am Rand bewegen, würde ich sagen. Ja. Da müssen wir dann hin. So, das finde ich ganz gut. Ja, dann hier relativ knapp hier am Gebirge entlang. An den Bergen. Die Straßen werden wir da problemlos rüberführen können. Ja. Und wir müssen dann hier rein, nicht wahr? Genau. Und da machen wir eine schöne, eine schöne Runde. Die mir hier eigentlich schon ganz gut gefällt. Ja. Wir haben natürlich dann immer noch die Option offen, wobei ich glaube, das brauchen wir gar nicht. Jetzt das irgendwie hier noch weiterzuführen, hier runter. Thema Aluminiumverkauf. Meine Idee war ja, dass wir, wenn wir die Aluminiumfabrik hier dann weiter platzieren, dass wir hier unten gleich einen Frachthafen mitplanen, um Überschüsse bei der Aluminumproduktion über den Seeweg zu verkaufen. Das heißt, wir brauchen meines Erachtens da keine Eisenbahn runter. Was wir natürlich brauchen, ist diese Metro für den Personenverkehr. Aber das ist ja ein anderes Schienensystem. Insofern denke ich, ist das okay so. Kann geplant werden. Und hier müssen wir dann, glaube ich, hier noch ein bisschen Signale machen. Sonst gibt es hier Probleme. Erstmal baustellenmäßig. In beide Richtungen. So, und ich glaube, hier auch. So, das sind jetzt erstmal die Baustellen-Signale. Ja. Warum ist der jetzt gesperrt? Weil da jemand drin ist? Ne, weil da jemand auf der Strecke ist irgendwo. Ist hier noch ein Zug auf der Strecke? Jawohl, das ist auch völlig korrekt. Ne, alles klar. So soll es auch sein. Da sollen jetzt auch nicht zwei unterwegs sein. Das ist schon perfekt. Gut, das heißt, die werden jetzt hier beginnen zu bauen. Um das so ein bisschen zu vereinfachen, mache ich wieder den ersten Teil mal selbst. So, dann sollte das mit den Signalen auch hinkommen. Ja, prima. Okay. Dann, kurze Überlegung. Was ist jetzt sinnvollerweise das nächste, was geplant und überlegt werden müsste? Meines Erachtens jetzt das Aluminiumwerk und vielleicht erstmal ein bisschen durchdenken, das Ganze. Also, wir haben hier das Aluminiumwerk. Das Aluminiumwerk benötigt Aluminiumoxid und Chemikalien. Das heißt, wir brauchen auch dort wieder ein Warenhaus für Chemikalien. Allerdings sind das relativ wenige, die da benötigt werden. 2,5 im Verhältnis zu 52 Tonnen. So, was wir noch benötigen, ist natürlich ein Außenlager dann für das Aluminium. Und ich glaube, direkt vom... Ja, es ist halt die Frage. Trennt man jetzt die Aluminiumproduktion von der Flugzeugproduktion und macht einfach dazwischen so ein bisschen LKW-Verkehr? Oder knüpfen wir das komplett an? Ja, ich glaube, man kann es komplett anknüpfen. Und da kann man trotzdem die Überschüsse aus dem Lager rausnehmen. Das ist okay. Man kann ja sagen, immer wenn mehr als 80 Prozent Aluminium in dem Freilager ist, oder was auch immer für ein Lager das ist, dann wird es abtransportiert. Das geht schon. Das geht schon. Man soll das auf jeden Fall nicht direkt mit dem Exportlager verknüpfen. Okay, gut. Also, Warenhaus und diese Direktverbindung. Das ist halt jetzt der Gag. Und diese Direktverbindung, das ist halt diese spezielle. Und da gucken wir mal, wie das jetzt am besten da ranpasst. Oder wir können... Nee, warte mal. Wenn wir jetzt eine Industrieverbindung machen, gilt das auch als so eine Art Direktverbindung? Weiß ich nicht. Oder muss man das über diese komische neue Flüssigkeitsgeschichte, trockenes Schüttgut, muss man das so machen? Bin ich mir nicht sicher. Das Problem ist nach wie vor die Chemikalien. Also, dass wir da hinten rauskommen mit dem Lager, finde ich ganz gut. Wir könnten da aber auch mit den Chemikalien reingehen. Das würde schon gehen. Mit den Chemikalien sind wir relativ flexibel. Das wäre okay. Ich bin noch mal überlegen, ob das Drehen die Sache irgendwie noch besser macht. Ja, zieht das weiter nach hier. Finde ich eigentlich gar nicht so gut. So, jetzt weiß ich aber nicht, gibt es hier auch irgendwie so eine Fördertürme? Ja, gibt es natürlich. Da könnte man natürlich auch noch ein bisschen gewinnen, indem man einen so platziert, gespiegelt. Das wäre auch okay. Warte mal, ist es überhaupt die Frage, brauchen wir noch so eine Trockenlagerung dazwischen? Ist das sinnvoll? Ja, natürlich. Wir kriegen... Oh, ja, 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 ja. Gut, dass ich daran gedacht habe. Wir kriegen ja hier jetzt Aluminiumoxid. Und das interne Lager ist ja gut, 150 Tonnen. Aber ich glaube, es ist ganz cool, wenn man halt da noch ein Lager dazwischen schaltet. Ja, definitiv. Sollten wir machen. So, das ist ja super doof mit der Straße. Können wir das irgendwie noch anders drehen? Eingang so. Aber dann ist der Ausgang da wieder doof. Ne, so. So ist es ziemlich perfekt. Da haben wir die Straße da und gehen in die Richtung zum Aluminiumwerk. Das ist gut. Ja, dann haben wir da ein schönes Zwischenlage. Das wird ansonsten allerdings auch nicht weiter genutzt. Also wird irgendwo nicht abgefahren. Aber das gefällt mir dann doch besser. So, und dann können wir mit der Aluminiumfabrik jetzt hier auch viel besser agieren. Können wir die zum Beispiel auch weiter nach hinten rücken. Die Industrieverbindung will ich aber nicht haben. So. Jetzt ist immer noch die Frage, wo machen wir das Chemielager hin? Aber das könnten wir doch hinten bauen. Oder wir nehmen das weiter weg. Haben wir das Problem, dass wir die Straße dann da nicht durchbekommen. Ne, also hier zwischen. Dann müssen wir die Straße auch hinten rumführen. Da haben wir keinen großen Gewinn gemacht. Ne, dann würde ich sagen, machen wir das Warenlager da hinten. Und das andere Warenlager an der Seite. Okay. Das ist der Plan. Strom muss da ran. Strom muss da ran. Arbeiter können von vorn ran. Nö, das kann so geplant werden. Aha. Okay. Jetzt sind wir wieder raus aus der Entfernung der Bagger. Das werde ich jetzt mal ausnahmsweise, das pausiere ich mal sicherheitshalber dann mit. Mit Rubel planieren. Dann ist es natürlich wichtig, dass ich hier das ausschalte. Und dann kann es wieder weiterlaufen. Und wir machen die trockene Schiffgutverbindung hier manuell. Alles klar. Wo ist eigentlich hier ein Straßenanschluss? An der Seite. Ja, okay. Kriegen wir schon noch hin. Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, werden wir das nächste Mal hier weitermachen. Werden wir die entsprechenden Lager hier noch anbauen. Und dann geht es zur Flugzeugfabrik. Und zur Landebahn und Startbahn und all diesen Kram. Alles komplettes Neuland für mich. Bin schon gespannt. Aber ich finde von der Anlage, dass man das hier so an den Rand komplett schmiegt bis nach unten. Finde ich erstmal ganz anständig. Bin ich persönlich jetzt erstmal ganz zufrieden mit. Wir haben hier, wo sind hier nochmal Fußgängerwege? Ja. Wir haben auch hier relativ nah beieinander Fußgängerwege. Das heißt, wir brauchen hier nur eine Metrostation. Von wo aus dann hier die Arbeiter hingehen. Hier die Arbeiter hingehen. Und dann hier vielleicht irgendwo in die Flugzeugfabrik gehen. Das ist der Plan. Und das könnte klappen. Gut. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut. Euer Steinwallen.